heute was geht ab leute hong hier wir fangen das jahr 2019 mit ein paar knallern an und heute das video wo ich meine besten pokémon zeige ich werde immer gefragt vor allem in den live streams hong zeig mal deine besten pokémon und beste das kann man ja verschieden interpretieren weil früher war klar wp war einfach king und hat entschieden wie gut ein pokémon ist wie höher die wp desto höher saßt in der arena desto besser desto länger hast du die arena gehalten desto mehr gold hast du bekommen desto besser war das pokémon aber seit dem neuen agenda system ist es eben nicht mehr so wie zum beispiel jetzt hier mein leder king check das video wo ich mein leder gegen mein bestes pokémon entwickeln um ein altes was pokémon in 98er wegschmeißen 434 100 prozent max das schlecht wie gesagt hat gar nichts mehr aus und dahingehend zum beispiel macho mais sind krass aber wp technisch sind die natürlich nicht hier oben vertreten dementsprechend heute meine wp besten pokémon aber ja das glaube ich genau das was ihr sehen wollt einfach die krassen sachen wir gehen aber wahrscheinlich auch so weit runter bis wir so machen meistens sowas sehen und bevor ich wieder zu viel kutsche und das video weiter geht habe ich mich gerade wieder daran erinnert das video wenn ihr mich um den kanal unterstützen wollte es hilft sehr und los geht's also wie gesagt ganz oben platz um 1 leder king 100 prozent was soll man sagen ich werde sich schon dass du da oben schild das hat schon irgendwie was dass er da ganz oben als nutzloser kerl über diesen ganzen mächtigen legendären schild dann 200 mutter mutter aus den x-rays nicht aus diesem mutter monat sondern aus den x-rays ja darauf war ich sehr stolz episch zwei mutter 100 aus den x-rays aus meinen ersten sechs sogar bei meinem dritten und dann beim sechsten also jeder dritte leider beim neunten beim zwölften bei 15 beim 18 keiner mehr gekommen war sogar ein 98er auch aus den x-rays 100 198 das war meine quote aus den x-rays was heftig ist mutter und seitdem die bp enderung kamen über 4000 davor nicht was schon leiden war für mich du ich meine mutter so mächtig 2 98er mutter habe ich mir aus dem mutter monat geholt aber ein dritter 100er wollte nicht kommen was kein problem ist der mutter kommt ja noch mal als shiny also werde ich mir da einfach den dritten hunderter holen wobei ich nicht unbedingt ich hätte auch gern anweslegen der ist mal wieder in 100 kam schon lange keins mehr mein allererstes legendär ist 100er yoga ganz am anfang war ja noch echt schwer zu fangen ich habe ihn ganz am anfang natürlich bekommen war allein ich habe ein video geladen wo ich euch reingelegt habe wo ich so getan habe als hätte ich mir nicht gefangen und der geflohen wäre checkt das video noch mal wenn ihr das sehen wollt und freut viele sind auch eingefallen weil ja kein mensch schaut sich die videos bis zum ändern oder nur wenige dann ein 100er grudel diesen grudel habe ich bekommen an einer extra arena und für diesen rate an dieser extra arena habe ich eine einladung bekommen und da habe ich ein 100er mutter bekommen also der 100er grudel hat den x-ray für 100er mutter ausgelöst also die zwei gehören einfach zusammen und sind einfach episch warte mal welcher sind das dann von den beiden jeweils 96 98 kiosk mir leider geflohen ich erinnere mich noch genau ich war in der arbeit damals die alte arbeit also da gab es eine arena nicht angekommen bin von der arbeit habe ich während der arbeit gemacht jeder war einfach verbedarf dabei wollte nicht drin bleiben 100er mit ansage bekommen wir waren auf red tour ich war zufällig mit anderen gruppe drin keine ahnung wie aber da waren halt nur gelbe und dann bin ich halt drin geblieben für die extra bälle habe ich aber nicht gebraucht erst einmal drin wir haben direkt gemacht dann habe ich gesagt oder gescherzt jetzt wird der gelben power und mehr bellen kann der 100er kommen ich schaue so auf den bildschirm und bärm hunderter hoch auch dazu ein video top highlights top momente 2018 oder so hunderter hoch mit ansage dann passt das wird auch 100 1 aus prag mit genommen 1 aus oberhausen natürlich erste safari zone 100er mein erstes 100er damals mein stärkstes pokémon ein paar 98er dann raiquaza auch 98 lathios 100 ja gibt es nicht viel zu sagen paar tage vor meinem 100er ho gefangen dann noch ein paar despoter despoter hat auch klasse 4 wp bekommen durch die wp änderungen draguan natürlich am start die hornio meter groß nur hier ist am stadt ente zapptos lados gaito ihr seht also die blauen sachen sowie kuhn und aktors sind nicht so weit oben noch mehr und jetzt kommt das sind ungepuschte die habe ich einfach so entwickelt zum spaß für die attacke halt und weil sie relativ hoch waren aber technisch schlecht ich habe einfach nur entwickelt weil es ein hohes lavita war bisher eigentlich gar keine verwendung für die 200er gar das auf max neues pokémon vor paar tagen erst gemacht check das video wo ich meinen ganzen staub verschwende oder ausgebe für mich ist es ja eigentlich keine verschwendung togekiss 100 prozent max und der sehr begraschend so weit oben poligon z auch im selben video mit togekiss gemax ja hier paar ungepuschte oder nicht fertig gepushte sachen und garados 98 draguan wie unbekannt einfach nur von alten zeiten ihr seht 2016 wahrscheinlich mein ältest pokémon 31 8er dann hier einfach despoter hast garados dann geht es hier weiter mit paar gemaxen die pokémon jetzt sind schon nicht mehr so top technisch und pokémon technisch 100er ps jahre zufällig selbe wp aber beide sehr schlecht mark brand neu entwickelt vor kurzem und alle wollte und hier könnt ihr es auch schon sehen die macho meis 100 die noch seit dem neuen update über 3000 kommen würde war auch so die aber einer der wenigen damals schon eins der über 3000 gekommen ist auch sehr auf den argen vertreten als verteidiger sind soll 100 max dann hier aktors 98 grad mal so über 3000 durch das neue bp update über 3000 der maga akarni das akarnisch schlecht das habe ich damals irgendwann mal gepusht für reden das kann eigentlich vertauscht werden wie seht es 15 25 11 steuer das ist am start ich habe ein video gemacht über steuer das check das video ab war ganz lustig genau 3000 gelachst du irgendein random das mal vorhin gemacht aber ich habe kein gutes gelachst du immer noch nicht der maga rosa gerade guter pflanzen und giftangreifer kukowai max 100 bin sie max 100 leider nicht die 3000 geknackt pageowatz glugrack tonupto jetzt kommen jetzt kommen so mittelmäßige sachen was euch sagen blitzer 100 max am feuer aus 100 max also hier seht ihr auch indirekt gleich die ganzen 100 da ich gemachst habe oder 98 oder 96 hageyama kingler überraschend 2829 ergo taktyl slime lock ist am start dieser floor ist am start klam chef ist am start kriselia ist am start da kommen noch ein paar andere legendäre die sind sogar noch weiter unten kaputtops weiterentwicklung von skogler wie auch immer der heißen mag und gepushtes metacross einfach nur ein shiny entwickelt jetzt kommen viele umgepushte sachen hitran wetter bonus umgepusht aber am ende in 15 tagen 14 tagen hitran ausbeute fazit video und dann werde ich auch ein meiner 396er maxen wenn ich bis dahin nicht einen besseren 98 oder 100 bekomme dann habe ich hier noch ein paar verrückte pokémon nicht auf max gepusht habe sehtrakälen hundemon lapis 98 ich habe kein 100er ist mir leider entkommen also ich bin gar nicht erst begegnet also nicht dass er mir irgendwie geflohen ist oder so 100er traum magiere was soll ich sagen ich weiß gar nicht wie weit ich hier so noch runter gehen soll weil an sich sind wir jetzt schon im mittelfeld da kommt eigentlich auch nichts mehr erwähnenswertes glaube ich jetzt kommen noch so die verrückten sachen die ich auf max gepusht habe quappos dami nido king rosana granbull austos lasho king lamus gangama 96 habe ich damals auf max gepusht weil ich dachte ich kriege keine chancen auf 100 aber ich habe noch drei vier hunderte am start aber der seit schon max und möglicherweise pushen wollen den hunderter der auf 30 war oder ich glaube der war level 30 100 auf max die mir gefangen haben ich habe einen level 1 und 30 ja genau und er ist fast max für damalige verhältnisse gemacht aber seitdem konnte man ja dann noch weiter pushen wie gestillt 98 max irgendwo hier richtig unten richtig weit unten bei den verrückten sachen nido queen galoppa quaxo entron tentoxa mit gar nie also ja was soll ich sagen und hier einfach die will mir tut ich noch habe kann man einfach weg tauschen würde ich glaube an sich war es das leute ich glaube an sich war es das leute gibt es nicht viel zu erzählen außer pp technisch ist es halt nicht mehr wichtig ich klicke auf diese anfrage morgen sind meine pokémon gut für mein level keine ahnung anhand der wp kann man das nämlich nicht mehr entscheiden aber mehr dazu demnächst weil das ein sehr beliebtes segment und ich habe mir etwas dafür überlegt auch wenn man es jetzt nicht mehr so machen kann kollegen zuschaut eine interessante idee gehabt wie ich dieses segment wiederbeleben kann also like dieses video hat sie euch darauf freut und ihr die wiederbelebung des segments sind meine pokémon gut für mein level feiert das ist nicht genau dasselbe aber es sowas in der art freut euch drauf auf jeden fall demnächst die tage werde ich das sogar ankündigen aber ich glaube das war's von mir leute schreibt unten in die kommentare was eure top 9 pokémon sind wp technisch aber ansonsten wie man liken subscriben kommentieren checkt die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter checkt den shop ab vergesst nicht pokémon ist serious business